Oha! Hat der mir geholfen? Yo man, siehst du mich? Okay, reicht jetzt. So, dahin müssen wir hin. Oh fuck. Das sollte man nicht so oft machen. Ja, der hat mir geholfen. Was macht der hier? Geile Mütze, äh Kapuze meine ich. Ich geselle mich kurz mal zu dem. Ne, warte mal. Neue Waffe bekommen, was habe ich denn da bekommen? Oh, was ist das? Fusionsgewehr sind Energiewaffen. Okay. Keine Spezialwaffen-Munition. Ja, super, danke. Will man noch mal ein bisschen Stress machen? Kann es nicht. Weil keine Munition. Go, go, go. Was haben wir denn hier im Moment? Wofür sind diese Sachen eigentlich genau? Um Sachen zu craften ein bisschen, oder? Oder wofür ist das Metall? Warte mal, das kann ich mir bestimmt auch angucken. Da... Na, da steht jetzt nichts unbedingt. Das ist von wilden Kolonien zum Beispiel... Ich gehe mal davon aus, dass es für das Craften der Waffen ist, oder? Wer das genau weiß, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Und ja, an dieser Stelle auch gleich mal, wenn ich schon dabei bin, großes Dankeschön für euer Feedback bisher. Sehr schön. Wenn die Alpha und Beta schon ganz gut laufen, sehe ich natürlich... mit freudigen Augen und mit freudigem Blick, sehe ich dann natürlich auch schon auf die Vollversion. Die wir dann gemeinsam zocken werden. Gemeinsam Let's Playen werden. Respawn eingeschränkt. Terrest... Was steht da? Terrestrischer Komplex. Was heißt das denn jetzt? Oh Gott, Mann. Oh! Wow, 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 wow! Die war geil, die war geil! Ja, Mann, die war richtig nice. Okay, ist hier irgendwas? Also wie gesagt, ähm... Das wäre so geil, dieses Spiel... Also es wäre geiler, finde ich persönlich, wenn die so ein bisschen... Ähm... Ja, diese Loot-Massen, wie so ein Borderlands hätten. Da findest du an jeder Ecke was. Komm her, kleiner Geist. Das wäre irgendwie noch voll geil. Viel, viel geiler, finde ich. So, mach' weg, mach' weg, mach' weg, mach' weg. Oh shit! Innen rechts ist ja auch noch einer. Yes! Wohin? Wohin' das Weges? Stimmt ja. Ich bekomme immer noch keine Spezial-Munition. Was soll denn das? Uncool, Mann. Wow! Wow! Okay. Da sind die Frames der Aufnahme gerade mal eingebrochen komplett. Aber jetzt geht's wieder... Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Ja, 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 ist gut, ist gut. Hohohoho! Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ah, fuck. Oh, fuck. Ich wär' jetzt nicht von hinten überrascht werden, oder so. Mal gucken... Das ist nur noch ein Käpt'n. Sind da zwei Käpt'n? Ist der nicht nach links weggegangen? Hoch da, hoch da mit dir. Ja, klar doch! Wie, wieso hast... Ah... Egal, dann baller ich euch so tot. Die Level 4 Leute sind so schnell tot eigentlich. Gefühlt drei, vier Schüsse, dann sind sie schon weg. So, jetzt, komm. Komm, mein Geist, mach das mal schnell. Die Gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören. Das wird noch dauern. Auf geht's nach runter. Auf geht's weiter. Ja... Das war so klar, das war so klar. Okay Okay, alles klar Weg hier Und diese Typen, den ich gerade platt gemacht habe Erinnert mich so vom Kopf her so ein bisschen an so einen Schakal aus Halo Holy shit, man Achso, der kann sich teleporten So ein bisschen Beziehungsweise so einen geilen Dash machen zur Seite Ehrlich gesagt ist ein bisschen viel los hier gerade Geist, beeil dich mal bitte Das sind mehrere Käpt'n, auf jeden Fall sind da mehrere Käpt'ns Zwei Stück Schick'n Taatsch'n Schick'n 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 Ich will mich auch so wegdashen können, wegteleportieren können, ich sag voll, gell, so kleiner Captain, nachladen. Ja natürlich, wow, 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 wow. Oh fuck, weg hier, weg hier. Geh bloß weg, alter, was hält der aus, was hält der aus? ich bin hier völlig allein mann nein ich muss diese servitor oder wie die hießen muss ich weg machen ich will jetzt nicht sterben ist alles weg alles umsonst gewesen perfekt links ist nichts nur die beiden weg von mir habe ich gesagt ach du scheiße ich habe alles rausgezogen was sie stehlen konnten wir sollten dieses ding zerstören geht es doch so dass ich nicht viel haben sie nicht bekommen wegen der fireball alte erde russisch hör mal die legenden stimmen es hat wirklich ein kriegsgeist den untergang überlebt rasputin eine kai zur verteidigung der er hat die dunkelheit bekämpft und überlebt und er schützt etwas hier im kosmodrom wir müssen irgendwie an ihn rankommen der ist ausgerichtet rasputin alles klar ist bestimmt nur zufällig leute das war gar nicht mal so einfach zwischenzeitlich hätte ich nicht gedacht dass ich das überlebe gehen wir nochmal zum turm gehen wir nochmal zum turm Verarbeiten Warte mal, ich habe auch Ich habe auch sowas neu gefunden Wo waren das? An Helden? Oh, geil Okay, ja gefällt mir Ja, erinnert mich sogar so ein bisschen an ODST Also man sieht es, man kann es schon An vielen Sachen kann man schon sehen Ja, ja, ich erkenne es schon Das ist von Bungie Okay, das neue Teil, das brauchen wir nicht Und genau das können wir noch Encodieren Hier wahrscheinlich Beides Es gibt noch mehr, wenn du mehr brauchst Boah Okay Das ist ja geil Na gut, gucken wir erstmal Kurz, so wir haben eine neue Waffe bekommen Automatikgewehr Boah, das sieht geil aus Das sieht Geil aus Moment mal Was ist denn Wir können Ah genau, ich wollte gerade sagen Was ist denn das? Wir können das upgraden Ja, damit Was ist das noch? Aha Wollte schon sagen, was ist denn Was ist denn das da? Da war so ein kleiner grüner Balken Das ist bloß Wir können unsere Sachen noch upgraden Na wie geil ist das denn? Was bestimmt denn das, was wir upgraden können Was nicht Die Benutzung Wie lange wir das benutzen oder Womit hängt das zusammen ab? Wann können wir denn unsere Sachen upgraden? Das ist die Frage Habe ich jetzt irgendwas gefunden? Was ist jetzt? Auch da, wenn jemand genaueres weiß Schreibt es gerne mal in die Kommentare Das ist bestimmt eine Sache Die nicht nur mich interessiert So, Moment mal Was fehlt uns denn jetzt noch? Handschuhe und Kopf 18 und 22 Da haben wir noch keine Ungewöhnlichen Geilen Sachen Hier, soll ich die mir einfach mal holen? Aber das sind jetzt auch nur normaler gewesen Was habe ich da jetzt 50 bekommen? Was ist das denn? Oh Gott, das sind so viele Sachen Wo ich gar nicht weiß, was das bedeutet Woher auch? Woher soll ich das auch wissen? So, meine neuen Handschuhe Sind die besser? Sie sind ähm Ja Ah, super Alles klar Oh Mann Es wird mir wieder gezeigt Kaufen ist eine dumme Idee Verdienen sie dir lieber Ist eh besser Ist eh besser Na gut Alles klar Leute Und ähm Genau Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Im Orbit Ja Gehen wir schon mal da hin Ich beende nämlich jetzt hier erstmal die Aufnahme Wir haben nochmal ein bisschen neue Auslösen gefunden Ein Level haben wir geschafft glaube ich Das nächste steht schon wieder kurz bevor Und eine scheiß heftige Mission Ich hatte nicht gedacht dass ich das schaffe Das waren ja locker 30, 40 Gegner Na gut Leute Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen Lasst auf jeden Fall Feedback da wenn es euch gefallen hat Ihr kennt das ganze Und Dank fürs Zusehen Haut rein Und tschüss Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's